Hallo, mein Name ist Markus Ebner. Ich arbeite am Institute of Interactive Systems and Data Science der Technischen Universität Graz. Meine Bereiche umfassen Open Educational Resources, Educational Technology und Technology Enhanced Learning mit Fokus auf Learning Analytics. Derzeit beschäftige ich mich schwerpunktmäßig mit dem Erwerb von Schreibkompetenzen für Schülerinnen und Schüler der Primar- und Sekundarstufe. In diesem Zusammenhang untersuche ich die Möglichkeiten der Nutzung von Schreibplattformen mit Rückmeldesystemen, welche den Kindern helfen sollen, ihre Lese- und Schreibkompetenzen zu verbessern. Immer mehr digitale Systeme werden zur Unterstützung des Unterrichts und Lehrenden wie auch der Schülerinnen und Schüler Einzug in die Klassen finden. Die klassischen Materialien wie Schulbuch und Übungsheft werden so Schritt für Schritt verdrängt. Nur das Ausrüsten der Klassen mit digitalen Geräten wie Laptops und Tablets sowie die Bereitstellung von zukunftsorientierten Technologien kann es ermöglichen, dass wir die Lehre in den Klassen verbessern können. Sowohl für die Lehrerinnen und Lehrer als auch für die Schülerinnen und Schüler. Das österreichische Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft hat jüngst ihre digitale Roadmap veröffentlicht. Die Kernpunkte umfassen mitunter die Digitalisierung zur Öffnung des Bildungszuganges, die Stärkung von digitalen Kompetenzen in verschiedenen Bereichen sowie eine allgemeine Verbesserung des Zugangs zu digitalen Medien. Man sieht also, dass dahingehend bereits große Anstrengungen unternommen werden. Meine Meinung nach wird es zwar in den früheren Klassen der Volksschule nur Schulbücher und Arbeitsmaterialien in gedruckter Form geben, aber digitale Versionen auf Tablets werden nach und nach in den folgenden Schulstufen deren Stelle einnehmen. Die möglichen Interaktivitäten darin als auch die Übungsmöglichkeiten sind enorm. Auf dem Markt für Tablets gibt es schon eine Vielzahl an Apps für verschiedene Themen. Jüngst hat auch Bundeskanzlerkehren den Kauf von Tablets für Schulen vorgeschlagen und fokussiert. Weltweit gesehen haben sich Online-Learning-Plattformen wie Odacity, Coursera, edX und iMux in Österreich bereits etabliert und ermöglichen so einer breiten Masse der Gesellschaft den Zugang zu kostengünstiger bzw. kostenloser Bildung. Die Gesellschaft ist im stetigen Wandel. Unsere jüngste Generation, sprich Kindergarten und Volksschule als auch zum Teil die Millennials oder Generation Y wachsen als sogenannte Digital Natives auf, also jene Generation, für die die digitale Welt etwas ganz Natürliches, Alltägliches ist. Im Jahr 2016 ergab eine GYM-Studie in Deutschland, dass rund 95 Prozent der 12- bis 19-Jährigen bereits ein Smartphone neben Laptops und Tablets besitzen und auch der Zugang zum Internet ist gewährleistet. Hier ist es vor allem in Hinsicht auf soziale Medien wichtig, die Kompetenzen dafür zu entwickeln. Was darf ich auf Facebook, Twitter und Co. schreiben? Was nicht? Welche Fotos gebe ich frei? Wie sieht es hier mit den Urheberrechten aus? Wie mit Sicherheit meiner Daten? Was passiert mit den von mir veröffentlichten Informationen auf den verschiedenen Plattformen? Das sind nur einige Themen, mit denen sich die Kinder auseinandersetzen müssen. Ein frühzeitig erlernter Umgang mit diesen Technologien ermöglicht es der jungen Generation, einen verantwortungsbewussten Umgang damit zu erlernen. Dies wird durch die frühzeitige Nutzung mit digitalen Medien gefördert und geschult. Hier gilt es vor allem, die Lehrerschaft in der Primar- und Sekundarstufe für dieses Thema zu gewinnen, damit diese den Kindern helfen können, verantwortungsvoll und bewusst in der digitalen Welt Fuß zu fassen. Digitale Unterrichtsmaterialien sind hier nur der erste Schritt auf diesem Weg. Der Umgang mit den neuen Medien und technischen Möglichkeiten muss mit der Gesellschaft diskutiert werden. Nur so kann man die Vorteile, die durch die Analyse der bestehenden Daten gewonnen werden können, auch nutzen. Digitale Schulbücher mit integrierten Übungssystemen ermöglichen der Lehrerschaft einen individualisierten Überblick über die jeweiligen Kompetenzen des Kindes. Schwachpunkte als auch Stärken können so erkannt und entsprechend gefördert werden. Nachteilig könnte sich auswirken, dass manche Auswertungen auch falsch sein können oder falsch interpretiert werden. Learning Analytics ist hier noch ein sehr junger Bereich, bei dem man noch dabei ist zu erkunden, was alles möglich ist. Hier gilt es, einen differenzierten Blickwinkel zu behalten, sowohl als Lehrerinnen und Lehrer als auch als Elternteil. Irgendwann, ja sicherlich. In naher Zukunft, nein, das eher nicht. Hier wird sich die Rolle der Lehrenden ändern. Die Analysemöglichkeiten erlauben es heute schon, gewisse Vorhersagen zu treffen bzw. den Lernenden auf mögliche Problembereiche hinzuweisen. Die Rolle der Lehrenden wird sich stärker in die Rolle eines Berators, eines Mentors ändern. Einer Person, die die vorhandenen Daten durch Erfahrung besser bewerten kann als ein Programm. So wird ihr oder ihm ein Teil der Arbeit abgenommen und man kann sich mehr auf die Entfaltung der Fähigkeiten des Kindes konzentrieren. Doch mal sehen, was die Zukunft so bringt. Wichtig ist es der Gesellschaft, den maßvollen Umgang mit den Technologien von heute und morgen zu lehren. Hier kann man bereits in den frühen Schulstufen die notwendigen Kompetenzen für moderne Medien vermitteln. Auch ethische Aspekte sollten nicht außer Acht gelassen werden und müssen zur Sprache gebracht werden. Der Erfolg dieses Vorgehens ist von den jeweiligen Stakeholdern abhängig. Lehrerinnen und Lehrer als auch die Eltern sind hier natürlich im Blickfeld und gefordert.